hallo ihr lieben ich habe heute mal etwas anderes für euch in einem video vor einer weile ich glaube bei den terra so terrazzo und das dann habe ich glaube ich einmal erzählt dass ich mosaik bestimmt auch ganz gut gerne machen möchte und habe mich dann so ein bisschen umgeschaut habe ich bin bei erzieben bisschen fündig geworden habe mir dann dieses vasen set geholt und da ist wirklich alles mit bei was man braucht das einzige ist vielleicht so ein spachtel um dann dieses ganze die spachtel masse zu verteilen aber ansonsten ist wirklich alles mit bei was man braucht es sind die steinchen mit dabei da sind fünf farben mit dabei dass der kleber mit bei und da ist auch die spachtel masse mit bei das einzige ich habe mir zwar schönen gedanken gemacht wie es mir vorstellen kann ich habe fünf farben diese fünf farben habe ich schön der reihenfolge nach aufgelegt habe dann immer den die hinterste farbe nach vorne holt das war so meine idee und das ganze eben halt dementsprechend durchziehen und immer zu gucken dass die reihenfolge dementsprechend passt hätte richtig schön aussehen können aber ich habe natürlich die steinchen nicht gezählt wir sind leider auf dem letzten meter leider ein zwei farben ausgegangen und dementsprechend musste ich improvisieren und habe dann so ein bisschen natürlich gedacht schade hätte wirklich schön sein können ich bin von ausgegangen ich habe von jedem von jeder farbe die genauso viele und aber es hat halt tatsächlich so nicht hingehauen vielleicht hätte ich auch das ganze entzehren sollen statt fünf und nur vier in die reihe packen sollen und dann das ganze zum beispiel eben immer eine farbe dazu packen und dafür eine wegnehmen also ich hoffe ihr wisst was ich meine das war jetzt so rückwirkend mein gedanke aber gut ich habe mich dann auf jeden fall erstmal auf der ersten seite an den start gemacht und ich muss dazu sagen ich glaube wer mich so ein bisschen gut kennt schon der weiß ich bin mit geduld nicht so gut behaftet und dementsprechend sind mir leider die steinchen ich habe nicht lange genug manchmal gewartet dass der kleber getrocknet ist und dementsprechend sind mir die manchmal so ein ganz klitzekleines bisschen verrutscht und aber ich finde es trotzdem also dafür das sieht halt nach handarbeit aus und genau also hier wo stelle ich mich so ein bisschen durch die erste seite durch die erste seite war noch ein bisschen schwieriger bei der zweiten dritten vierten habe ich mich dann schon so ein bisschen mehr drin gehabt meistens war der anfang ein bisschen schwer weil ich ja eben mein muster durchziehen wollte und ich erstmal gucken musste wo muss ich jetzt dieses muster anfangen und ihr seht schon wie sich dieses muster so zusammensetzt ich liebe das muster wie gesagt nur auf der vierten seite es war verhext es sollte nicht sein habe dann auch immer den klebstoff schon für ein paar reihen gemacht das hat sich auch ganz gut gemacht aufgrund dessen weil er jetzt nicht so extrem schnell getrocknet ist und hat sich also ich finde ich glaube schon dass ich muss ja ich noch mal machen werde ich werde mir bestimmt noch mal ein set holen und das weil das sowas ich mache aktuell nebenbei wobei ich nicht ganz so gut dazu komme dass dein mein painting ich werde euch da bestimmt auch noch mal was zu zeigen aber aktuell ich komme nicht so richtig dazu aber auch das hat was schönes mediatives wo man einfach mal so ein bisschen macht den kopf ganz viel ausschalten kann klar natürlich gucken welche farbe muss man jetzt irgendwo auf welches symbol aber eigentlich kann man so richtig schön einfach mal aus setzen diesen kopf und dann einfach mal machen ich habe mal ein bisschen was rausgenommen aufgrund dessen damit halt nicht zu langführig wird und zu langweilig auch wenn es vielleicht man ich könnte jetzt bestimmt auch musik drunter legen und einfach machen aber ich denke mir für euch ist es schöner wenn es jetzt einfach wenn ihr schneller ein ergebnis seht und ihr dann so ein bisschen das schauen könnt und ja wie gesagt mir sind ein zwei steinchen dann auch mal runter gefallen weil ich zu ungeduldig war habe jetzt einfach mal alle seiten schon gemacht ich habe zwar zum teil auf jeden fall auch mit gefilmt aber ich denke mir das system habt ihr ungefähr verstanden ich habe immer eine seite fertig gemacht habe es ein stück weit immer trocknen lassen wie gesagt wahrscheinlich nicht lang genug weil mir die so ein bisschen verschoben sind und hier seht ihr schon das schöne muster was ich wirklich einfach sehr sehr schön finde so wie es für mich jetzt so überlegt hatte ich bin da so ein bisschen oldschool und hier seht ihr schon das desaster dass die leider die steinchen nicht gereicht haben und aber es sollte so sein und ja ich habe dann eine nacht drüber gewartet habe dann so ein bisschen geschaut dass das gut getrocknet ist um dann weiter zu machen ich glaube schon dass das vielleicht nach ein paar stunden schon durch getrocknet wäre aber ich wollte jetzt einfach auf nummer sicher gehen und das ganze die vier seiten haben halt auch schon seine zeit in anspruch genommen und ich wollte dann so ein stück weit auch einfach mich auf die couch setzen ja ansonsten ich habe dann diese ich weiß gar nicht wie sich das nennt ist das mörtel spachtel masse was auch immer habe ich dann genommen habe mir die angerührt das ist auch als anleitung ist das auch mit drin das heißt da könnt ihr dann noch mal gucken ich habe es leider nicht mehr in erinnerung wie es jetzt war es ist schon ein zwei drei tage her ihr seht auch ich bin ein kleiner tollpatsch mir ist leider das ganze ein bisschen daneben gegangen aber gut ich sah dann aus eben wie ein kleiner schneemann und ja gut wer mich vielleicht gesehen hätte es hätte auch ein anderes pulver sein können aber es war nur diese anrührmasse und aber ja und dann kam jetzt noch ein bisschen wasser mit dazu ich fand das anrühren ging wirklich relativ gut und ich hab dann ich war kurz noch den den spachtel holen oder den ja ich weiß nicht wie man es nicht ich bin im fachjargon nicht so richtig ich habe es immer mit schluck für schluck wasser angerührt aufgrund dessen weil ich halt nicht so viel rein machen wollte ich habe die erfahrung gemacht wenn ich was anrühren dass nicht immer die maße so gestimmt haben wie sie in der einleitung stehen also ich will jetzt die anleitung gar nicht schlecht reden überhaupt nicht aber für mich hat dann oft die konsistenz nicht gepasst und dementsprechend habe ich mir abgewöhnt immer komplett gleich alles drauf zu machen und genau ansonsten ich habe wie gesagt mein utensilien ich weiß nicht ob man es gebraucht hätte man hätte vielleicht auch mit den fingern machen können man jetzt wahrscheinlich auch mit normalen holzstäbchen ich fand die variant jetzt aber wirklich ganz schön hat sich auch sehr gut gemacht und dementsprechend ist es glaube ich schön aber nicht nötig ja dann habe ich noch meine handschuhe geholt ich hatte noch welche so eine anderen da liegen aber ich fand irgendwie die anderen viel viel schöner haben sich einfach vom anziehen her vom vom fingergefühl wie gesagt aber da ist jeder ja anders ich glaube jetzt auch ohne handschuhe machen können jetzt auch okay gewesen und genau aber so habe ich dann drauf getan das heißt immer auch so ein bisschen auch geschaut dass die kanten gut mitgemacht werden die kanten sind halt nicht ganz so einfach fand ich jetzt zumindest einfach dort auch alles zu erwischen ich glaube ich habe auch ein zwei kanten nicht ganz so schön erwischt wie es gerne gehabt hätte aber das ist für mich auch okay ich habe dann auch immer geschaut dass auf den steinchen nicht ganz so viel hängen bleibt weil all das was auf den steinchen ist muss später wieder runter das heißt da war dann auch so ein schwämmchen mit bei und mit dem man dann eben das ganze auch abwischt ich weiß nicht werde es zum beispiel schon mal fließen beim fließen liegen dabei war oder selber gemacht hat der wird das kennen und auch da wird der dann die fließen wieder abgewischt und da werden die ganzen ränder nochmal gesäubert und dementsprechend solltet ihr da schon so ein bisschen achten dass nicht ganz so viel auf diesen kleinen steinchen dann drauf ist und ihr das gut wieder abbekommt wie gesagt die ecken sowohl oben als schauen dass halt dort nichts übersteht weil das sieht dann nicht schön aus soll ja eine vase sein oder es steht so gleichmäßig über dass das dann auch wieder okay ist also auch das also man kann ja immer damit spielen auch mit dieser fugen masse und dadurch probiert euch da gerne mal aus also ich glaube hätte ich da vielleicht noch mehr wasen oder was auch immer hätte ich es bestimmt auch noch mal ausprobiert hätte noch mal geschaut wie das am besten halt funktionieren kann und wie gesagt das ist jetzt alles ziemlich im zeitraffer also ist da jetzt keine sorge ihr müsst das nicht so schnell machen ich habe da für mich jetzt einfach nur entschieden dass ich das im zeitraffer mache ich hoffe ihr seht das trotzdem noch gut genug falls euch die zeitraffer jungs zu viel sind oder für euch ungünstig dann sagt mir das gerne mal weil ich will natürlich dass ihr auch das seht ich mache es ja für mich wie es für mich halt gut zu sehen ist beziehungsweise wie es halt denke dass das gut passen kann ich habe natürlich auch manchmal schon festgestellt manche perspektiven waren jetzt ungünstig da versuche ich mehr darauf zu achten und aber wie gesagt auch beim schneiden dass ich halt wenn euch der zeitraffer zu schnell war oder ähnliches dann sagt mir da auch gerne bescheid ebenso schreibt mir auf jeden fall gerne in die kommentare falls ihr euch da auch gerne noch was wünscht was ich ausprobieren soll oder hinterlasst mir gerne ein däumchen nach oben ich freue mich immer sehr und auch über ein abo und wir sind aktuell immer noch während ich das jetzt gerade drauf spreche ich muss dazu sagen ich habe ein bisschen ich produziere jetzt gerade ein bisschen vor weil ich habe tatsache mal ein zwei drei tage frei und möchte dann nicht unter zeitdruck das ganze fertigstellen wollen deswegen habe ich jetzt einfach entschieden ich mache so ein bisschen immer so kleine schritte damit ich halt dann trotzdem schon soweit bin und ihr auf kein video verzichten müsst und genau also dementsprechend ja genau ich wollte sagen wir sind immer noch so wenn ich das jetzt hier spreche bei meiner lieblingszahl der abonnenten aktuell nehme ich bei 333 abonnenten vielen vielen lieben dank ich freue mich sehr und hoffe natürlich auch dass keiner geht weil dann ist meine hübsche zahl weg ich bin ein zahlnerd ich gestehe und genau ja dann habe ich das ganze hier übrigens so ein bisschen antrocknen lassen und aber nicht zu doll aufgrund dessen weil ich es ja auch noch abwaschen wollte und ich muss dazu sagen das abwaschen fand ich ja fast am schwierigsten klingt jetzt blöd aber oder nicht nachzuvollziehen man sieht es ja nicht also ich zumindest nicht ich bin aber vielleicht auch vom schauen her ein bisschen eingeschränkt ich sehe manchmal nicht ganz so gut und man sieht halt nicht genau ist es jetzt weg oder nicht das heißt es hat dann immer noch getrocknet und wenn es dann immer getrocknet war dann habe ich gesehen da ist ja immer noch so ein weißer schleier drauf ich habe also dermaßen oft mit dem schwämmchen noch mal nachgearbeitet dass das einfach auch doof war aber wie gesagt das kann auch mal an meiner ungeduld liegen und ich habe es trotzdem sauber bekommen es war dann auch in ordnung ich musste auch immer noch mal so ein bisschen schauen weil dann irgendwann in den fugen kamen dann diese luftlöcher zum vorschein so dass ich halt immer noch mal so ein kleines bisschen fugenmasse reingetan habe also da unbedingt auch mit drauf achten wenn ihr dann das macht das da das wie zum vergleichen wenn ihr epoxidharz habt und dort sind luftblasen und die dann halt auch zum teil erst nach und nach hoch steigen gerade wenn ihr höher gießt also eine gewisse höhe erreicht wo die blasen halt auch erstmal nach oben steigen müssen so ungefähr ist das eigentlich zu auch mit dem mosaik mit der fugenmasse dort sind mir immer ein zwei drei luftbläschen noch nach oben gekommen und genau aber wie gesagt das ganze abwischen das hat immer einfach war so ein bisschen leicht frustrierend wenn man dann denkt jetzt jetzt ist man fertig und dann ist man doch nicht fertig weil man sich ja natürlich auch drauf gefreut hat wenn es dann fertig ist und genau ja jetzt seht ihr gleich noch das ergebnis ich hoffe euch hat's gefallen und ihr kommt nächsten sonntag wieder ich würde mich sehr freuen und hoffe ihr habt da einfach so ein bisschen dran spaß gehabt und ich wünsche euch einen wunderschönen sonntag und bis bald ja 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 ja